Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Dickhead und heute habe ich das Spiel Sunrise Village, äh, Family Farben. Viel Spaß. Ich denke mal, es geht los hier. Ansehen, ablehnen, ablehnen. Ähm, ach, ich bin auf der Insel. Warum bin ich auf der Insel? Was musste ich denn hier machen auf der Insel? Äh, da, Quest. Reparier den Fackelturm. Fackelturm, das war das Ding hier oben. Ich brauche also noch vier Holz und zwei Sperrholz. Also erstmal organisieren wir uns hier zu Holz. Holz? Der sieht groß aus. Puh, da ist ja ein ganzes Holz damit. Ah, nehmen wir den. Ist das das richtige Holz? Ist das das richtige Holz? Nein, das ist falsch. Weichholz. Das ist glaube ich. Das hier? Ja, das sieht so aus. Weichholz. Ach, funke ich immer da drauf. Muss auch nur hier drauf. Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch zweimal Sperrholz. Dann muss ich mal zurück an meiner Basis. Und einmal das Sperrholz produzieren. Zweimal. Ja, 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 okay. Ich habe kein Interesse an das Halloween Event hier. Äh, mir egal. Ja, schön. Dankeschön. Okay. Ich platziere. Kein Platz hier für... Mensch, da macht mir hier nur alles voll. So, zack, bitte schön. Na ja, jetzt muss ich darauf gehen. Ah, was muss ich denn hier machen? Fang. Okay. Oh, da gibt es Sachen für. Na ja, normale. Komm. Schön. Okay, den kriege ich auch noch. Den kriege ich auch noch. Ich glaube, den nächsten nicht mehr. Ne, gut. Okay, weiter geht's. Ich brauche Sperrholz. Sperrholz habe ich noch nicht vergessen. Ach, das war die Miene. Ich muss nicht hinter Miene, ich muss so... Da. War das das Sperrholz schon, oder? Bretter. Oh, das war schon das Sperrholz. Schön. Das war schnell. Warte mal, nochmal zurück. Lass mal hier ein bisschen abfahren. Was brauche ich denn jetzt noch? Machen wir mal hier davon ein... Sechs Stück und hier von vier. Ja. Dann... gehen wir jetzt wieder zu der... Fackelturm. Fertig. Endlich. Und weiter jetzt. Ach, was wir denn jetzt... Ich stelle Treibschraub aus dem Feuerblumen her. Feuerblumen. Die waren, glaube ich, irgendwo an einem See. Oder nee? Bestimmt hier lang. Bestimmt hier lang. Ich finde gleich gar nichts, weil ich keine Energie mehr habe. Ah, ich habe dynamit, dynamit. Komm her. Ich habe die Hütte gefunden. Oh. Schön. Was ist da drin? Oh. Neue Aufgabe. Okay. Da ist die Truhe. Was ist da drin? Zeit. Fackelturm ist fertig. Ich brauche noch die Feuerblumen. Ach, ich habe sie schon. Warum sagt mir das denn keiner? Zehn Minuten dauert eine. Ich brauche zwei. Also in 20 Minuten ist die Quest fertig. Gehen wir zur nächsten Quest. Das, das. Okay. Pilze. Einmal die rote und einmal die blauen Pilze. Da ist einer. Ist ja gleich wieder meine ganze Energie weg. Alles super. Energie weg. Was mache ich denn jetzt noch? Ob die Vasen einsammelt. Da ist noch eine Vase. Okay. Ich glaube hier hinter war so ein. Äh. So eine Mine war glaube ich dahinter. So wie hier. Meine ich. Dass da oben so eine Mine war. Da ist eine Truhe. Stein. Da ist auch noch eine Truhe. Gold. Na gut. Was braucht der? Reparier die Schmiede. Stelle zwei Schrauben her. Dann muss er zurück gehen. Erstmal hier raus. Laufen. Ich komme doch da nicht vorbei. Boah. Ich kann durch den Bus laufen. Magic. Oh. Eier. Milch. 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 Oh. Hat kein Essen mehr. Entschuldigung. 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 Okay. Wir gucken. Ich brauche zwei Schlauben. Hier ist Wasser. Oh. Ich kann hier Energie holen. Schon lange nicht mehr gespielt. Und. Jawoll. Nein. Was fehlt da noch? Mist. Was fehlt da noch? Oh. Oh. Wo kriege ich die Schrauben her? Ah. Da war es. Ein Sand. Wo kriege ich Sand her? Hier. Okay. Sand. Zack. Was brauche ich denn? Steine. Quarzsteine. Fünf Quarzsteine. Awww. Oh Gott. Ich musste ihn kaputt hauen. Oh. Das war ein Fünf. Perfekt. Perfekt. Hat genau gepasst. Da ist eine Kiste. Da ist auch was. Ah. Da können wir nicht ran. Oh. Oh. Ich kann hier was abschließen. Ansehen. Nein. Ich will kein Video ansehen. Eine Quest abgeschlossen. Oh. Schlimm. Hm. Wie lange dauert das Sand noch? Ah. Neun Minuten noch. Das ist aber lang. Dann haben wir das. Das haben wir. Komm. Nehmen wir den weg. Ah. Da fehlen noch zwei. Nein. Das gibt's doch nicht. Nix zu tun. Die Kühe brauchen Essen. Ah. Es sind wirklich Getreide. Ich bin ein schlechter. Bauer. Bauer. Organisator. Koordinator. Und wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich schlecht da drin. Zwei. Zwei. Ich bin noch zwei. Was gibt es denn bei mir hier? Mein Inventar? Kann ich vielleicht meine Energie irgendwie auf? Inventar ist nichts. Produktion. Max, Max, Max. Ich habe alles. Oh, ich kann noch zwei kaufen. Beheiztes Farmfeld. Tiere, zwei, drei, okay. Alles. Häuser, alle. Dekoration. Nichts. Ich brauche keine Deko. Schon so wenig Platz. Dann noch Deko reinknallen. Sind doch wohl verrückt. Wir sind verrückt. Was ist denn hier? Kriegt da etwas ab? Energie, jawohl. Ich habe die Energie. Schnell zurück. Wo ging es zurück? X und X, X. So, ranzoom. Baum, verschwinden. K. Oh, super. Jetzt haben wir... Pilze. Ich brauche Pilze. Wo gibt es die Pilze? Da oben. Okay. Der Baum muss weg. Denk ich. Die Wiese muss weg. Ist super. Und wieder ein Pilz. Zack, zack. Ich brauche noch. Ein Pilz. Ich habe nur noch sieben Energie. Ah, machen wir so nochmal. Da weiß ich genau. Ja, ich nehme den ja. Das müsste reichen. Nein. Überlegen. Was ist jetzt? Ich gehe nochmal zurück zur... ...zu unserer Village. Mal schauen, was wir hier haben. Macht dort mal Sand. Oh, schon wieder fertig. Und wir pflanzen jetzt. Okay. Okay. Sand ist in Gange. 4 Minuten noch. Ich brauche zur Zeit kein Holz. Ich brauche Schrauben. Pilze und Powerflower. Dann brauche ich den noch. Ah. Den müssen wir auch völlig kriegen, oder? Eins. Was? Eie. Wo? Quest fertig, oder nicht? Queracle? Powerflower.... Powerflower. Powerflower. Powerparty. Filze, Filze. Komm. Jetzt. Jetzt. Das läuft. Ah, das ist der Falsche. Oder? 18 kriege ich. 3. Bitte. Nein. 7. Auch nicht. Nein. Ich wollte den auch gar nicht abhauen. Ah, schon wieder ganze Energie weg. Warte mal hin jetzt. So. Einfasst ist fertig. Andere wird noch produziert. Schnell wieder zurück zur Fahrt. Kein Essen? Selber schuld. Du musst halt nicht zu viel essen. Okay. Jetzt. Okay. 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 Sand muss in 2 Minuten fällig sein. Ah. Was kann ich in der Zeit noch machen? Da braucht nichts. Das haben wir angebaut. Was war hier? Passt schon. Guck mal. Das kann doch eigentlich hier weg. Ach. Da kann das gar nicht hin. Scheiße. Bist. Wird das schon da unten hier so in der Ecke hin knallen. Weil es braucht ja kein Mensch mehr. Zumindest nicht. Okay. Das reicht für alle. Das ist gut. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch machen kann. Ich bin kurz vor Level 8. Ich bin kurz vor Level 8. Also sehr weit am Anfang. Du musst keine nicht fahren. Hier haben wir diese Dinger. Sonst gibt es da auch nichts. Na ja. So. Darauf habe ich gewartet. Jetzt kann ich endlich das Häuschen bauen. Endlich. Jetzt muss ich zwei Schrauben herstellen. Eins. Zwei. Boah. Eine halbe Stunde dauert das. Ach. Das reicht schon. Der Auftrag reicht schon. Das ist doch schlimm. Warum soll ich da drauf gehen? Rollen. Okay. Abholen. Dankeschön. Awesome. Okay. Ich weiß beschadet. Dankeschön. Gut. Weiter gehts. Ach. Was möchte der jetzt da haben? Noch weniger Platz. Ah. Was möchte der jetzt da haben? Holz, Quas und Stein. Das dauert. Ich mache erstmal hier diese nette Dame. Da ich einen Pilzeintopf machen soll. Wer will ich erstmal schon helfen? Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen mehr Energie. Mitze. Ah. Schön. Super. Das passt genau. Das passt genau. Super. Fertig. Gleich. Zehn Minuten. Okay. Im Gange. Im Gange. Dauert noch. Eier. Fehlen noch sieben. Schaffe ich nicht. Ich werde mal wieder zum Stopp. Main Base gehen. Und. Ja. Einmal hier abfahren. Perfekt würde ich sagen. Da kriegen die Kühe nochmal was zum Essen. Die Hühner brauchen auch nochmal Futter. Das war auch bei der netten Dame. Die braucht erstmal nichts mehr zu machen. Der braucht nichts mehr zu machen. Äh. Okay. Dann würde ich sagen. Das war es für heute. Was habe ich da noch? Oh. Ich kann nur das Feld bauen. Gut. Was kann ich noch bauen? Ein Tier holen. Oh. Kaufen. Und. Was kann ich noch bauen? Deko. Brauchen wir nicht. So. Das war alles. Alles viel Katz. Ich bin Level 8. Was ist hier passiert? Warum hast du da gefällt? Stufe 12. Na ja. Okay. Ich stelle. Ich parke ihn mal hier ab. Mein Hiopie. Okay. Dann mal Futter hier. Und das war's. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr noch mal seid. Bis dann wünsche ich euch. Viel Spaß. Bis dann. Hm. Da. Flasche. Leer. Tschüss.